Bleib jetzt stehen, du Arsch! Nein, Alter, nimm mir jetzt Techniker. Das ist mir zu weit. Aber einzelne Leute können deinen Sunny nicht mehr ausschalten. Deinen kann jetzt nur ein einziger Leichter kaputt machen und wenn du dich hierhin stellst, bist du eh am Arsch. Ich bin Sven, ich weiß wieder alles besser. Kannst auch gleich selber fahren. Wenn du dich neben den Teleporter stellst, bist du am Arsch. Hier? Da ist der Spawn-Room. Nö, auch nicht recht. Naja, den Leichter könnte ich innerhalb von drei Sekunden nach dem Spawn-Hende die Luft jagen. Kannst du natürlich probieren, wenn du willst. Da, wie wär's mit dem mal töten? Hä, was überlebt der? Ich muss nämlich die Karte achten, was du machst. Ich muss ja nebenbei auch noch drauf achten, was du für eine Scheiße baust. Komm wieder durch! Komm wieder durch! Nein, da komm ich nicht durch. Nein. Und Dark ist hinter uns. Und Dark ist hinter uns. Da war schon das erste C4. Ja, ja, Dark wurde schon C4. Ja, Dark ist, hat Panzer, Monsterpanzer. Trotzdem wurde schon an C4. Sei vor, dass es C4 nicht auf dich ging. Das ist auch nix. Das ist auch Käsestatzen. Äh, jetzt müssen sie nur mit dem Panzer rauskommen. Wir müssen down. Ja, sie ziehen schon Panzer hier liquidiert. Ja, Lightning. Jawoll! Das ist der perfekte Platz. Das sind schon Lightning hinter euch. Oh fuck. Oh fuck, ich bin tot. Max, äh, Anti-Panzer-Max. Ah, geht besser. Junge, jetzt willst du nicht, ich will jetzt nichts vermissen. Wir sind hier relativ safe. Direkt neben ihrem Panzer spawnen. Und du wurdest schon C4. Und du bist weg. Ach. So viel zu dem Thema. Wir sind hier mega safe. Maul halt. Ich hab Punkte gekriegt. Wie viele Leute sie gesporen, einer? Zwei. Zwei. Zwei gleich. Was will denn der jetzt gegen den Max mit seiner scheiß MP? Was soll ich da meinen Einsatzschild sagen, ne? Ja, ich würde mich beeilen, weil lang halte ich hier nicht durch. Wie ist auch was, wie lange du durchhältst? Das nennt ich Teamplay. Weißt du, das ist mir was, wie lange du durchhältst? Du stirbst ja eh. Ja, wirst du. Natürlich sterbe ich auch, ich nehme so viele mit, wie ich kann. Jetzt werde in der Zeit nicht zu dir kommen, weil das nicht machbar ist. Ja, aber ich habe noch Leute mitgenommen. Ich habe drei Stücke getötet mit meinem Max. Meiner Max. So, mein Sandi fährt los. Dann sparen ich mir Sandi. Am besten als Spion. Spion, jawoll. Jawoll. Dann können wir gleich den New Terminal hacken. Jawoll. Äh, Harry ist ja direkt vor uns. Ja, ich bin. auf die andere waffe andere waffe andere waffe andere waffe wir sind am arsch der jeden beinahe gehabt wie lange mal alle brauchen um zu wechseln ist unglaublich du hast du mir sagen entspannt man es an die scheiße meiner länger gehalten als seiner ja stimmt du musstest ja auch nicht gegen den mackrider an zwei panzer abwehrgeschütze und anti tanker racer kämpfen sondern du bist dahin gefahren und wurde es dann von der leichten c4 markus wie macht du alles das komische geräusch das block geräusch ich habe gerade schneemann weg geholt genau das so reichst das müssen ja so du weißt man wieder die kompetenz her die inkompetenz meint ja wie schnell du waffen wechseln ist die kompetenz verweist ja ja wegen mir ein bisschen mehr gestorben ich habe getroffen dass du dich angefangen mit der Gruppe weiter die kleine Kinder ja jetzt muss man es mal ruhig hier nähe du darfst nicht mitschätzen doch doch nein das ist nicht eine diskussion das muss so da ist ein ab die Klippen schon die Punkte hier waren wir hier jetzt brauchen wir hier leute scheiße es mache ich halt mal schwere mit meiner gauss auch wenn ich ding drauf habe ist es ist es tele thermalskop noch ich mag es einfach ich finde es geil gerade gegen waren es ist sehr praktisch ich bin englisch schreibe die heute richtig viel und müde bin ich auch müde ist ein känguru schießt ihr beide Augen zu woher er hinter mir war der da ii weil die drei Leitigte auf die Gd und ich weggekehrt wenn die Leiter natürlich du kannst jetzt alle fahrzeuge anlocken gegen herr ist ja natürlich so geil weil du brauchst zwei schüsse und ein magazin und du hast zwei schlüsse und ein magazin schnell vorher du hast sie dauernd da habe ich jetzt gerade drei heraus marcus hinter dir so leichte aufpassen ja dann tun sie ja er mich auch gerade geholt wird nicht scheiß brak sie schon wieder er schon noch kaputt 3 und aber wenn wir auch mal eine runde herrief fahren und sein muss ein fluss nicht mehr ich hab den dreier herr war das hat den dreier aber immer ich muss mal schauen was ich schon wieder am herr wie eigentlich tunen können nur brandunterdrückung jetzt aufgeführt nun ist das bringt doch nichts ist er in der papieren der papierhöhle ist ob um so viel hoch geht er nicht müssen nur nicht dritt sein der hoch geht Prozent sagt es sehr oft hat uns das schon der Arsch gerettet er gegen unsere automatische feuerunterdrückung den sie beim herr ist oft er sehr oft was ist besser kompositionstarnung ist er oder automatisches reparationssystem autorep dann brauchst du nicht aufsteigen ja weniger schaden ist besser ja aber wenn du dich nicht reparieren musst wo ist der Arsch ich schon vier prozent weniger schaden richtig fäder kriegst du feuerwerk dafür habe ich nicht raus aus der helfefeuerwerk kriegst er verlieren b er verliert das ist sehr Kostberg ja mein Harry der wird neulich geist sonst trifft die anderen in vier aus und dann noch mal Partie Markus alle ich mache Prozent zwei Stufen war mein Rüstungssatz machen möchte ich schon hat er ist immer noch da der Arsch nicht voll er ist die B ja ich bin ja der Held Kappen B B verlieren wir die ganze Zeit und gewinnt hier und verliert ich habe ihn ich habe in der Level 60er und der will ja auch dabei versucht dies gehalten bis jetzt nur so eine Weile gestorben da hätte er doch volles Leben ist das hätte ich euch ausgelacht Kiki er hätte sagen wir gehen wieder im Moment Moment nimmt mich mit und hat es einfach so ein Standding her an ihm aber entschieden ja bin ich Gott und ich bin so stark ist die Beschwerden schwere halt bleiben jetzt stehen nein alle die mit Techniker das ist mir zu weit Abfahrt er muss aber sehen eingestiegen steckte als erstes das ist von mir scheißegal es galt hinter uns ja hoffentlich steppst du ich hab mal drauf geschossen hast du die gerade abgeschossen? nein das wäre aber richtig geil gewesen ja komm du hast ja kein Endy Later mit dem Endy Later hättest du die jetzt geholt ja ich habe nur die Schreck das geht bei Planeten nicht was? Flugzeuger uns zu holen mit der Raketenwerfer das geht schon aber so schwer wenn die Piloten direkt vor uns ist eine ich schieße auch noch mit dem Raketen Moment gut und jetzt da was wir dann den Leitling was Leitling ja das drehen wir so hin äh wo was hier ich sehe nix hinter dir also vor dir Mist zack hat da umdrehen zack da doch ich soll es so machen dass er schießen kann ja wenn sie es früher ankündigen müssen oh man ich hoffe die Karte ganz ehrlich aber der Wachsack getroffen äh da ist er gut gut oh das ist eine Sonne ja schieß mal warum treff ich denn Futo verballert wieder wir haben ein Flash hinter uns Futo holt den Flash ja wenn ich ihn sehe hole ich ihn oh leck das habe ich fällt und hinten geschossen wo war Markus ja guck du du w w w w w Vielen Dank.